Liebe Weltbild-Gründinnen und Freunde, das hier ist mein neuestes Produkt, das grosse Jubiläumskonzept, das Leben von Lieder, eine Box mit einer DVD und zwei CDs. Die DVD zeigt die Höhepunkte meiner grossen Jubiläumsdauer, die ich Ende letzten Jahr und Anfang dieses Jahr durchführen konnte. Es war immer ausverkauft, es konnten nicht alle kommen, darum habe ich dafür jetzt die DVD gemacht mit dem Höhepunkt dieses Konzerts. Nina war dabei, es war ein ganz tolles Konzert, wenn ihr es miterleben wollt, das ist die Gelegenheit. Wie gesagt, zwei CDs dazu, Lieder, die mich ein Leben lang schon begleiten, genauso wie dir nämlich seit fünf Jahrzehnten. Ich bin seit 50 Jahren auf der Bühne und es ist ein Dankeschön an euch, dass ihr mich so lange treu gehalten habt. Ihr findet die Box in allen 29 Weltbildläden schweizweit, aber natürlich auch unter weltbild.ca. Herzlichen Dank für eure Treue und kommen gut durchs Jahr. Bleiben gesund!